So, hallo. Das war's jetzt mit diesen ganzen Senioren. Jetzt bin ich hier. Ein Mensch, der cringe sagen darf, ohne dass es cringe ist. Okay, ich stelle mich in meinem Text vor, deswegen sage ich jetzt nicht viel. Mein Text heißt von Menschen wie Elissa. 16 Jahre alt. Nur ein Mädchen, das Elissa heißt, doch ich weiß, dass sich ein Teil der Gesellschaft an einem Menschen wie mir die Zähne zerbeißt. Was macht die denn hier? Gehört doch in ihren Karnackenkreis. Bei ihr läuft der Angstschweiß beim erhöhten Dönerpreis. In ihrem Portemonnaie existiert sicher kein Bibliotheksausweis und die hat bestimmten riesigen und gefährlichen Bekanntenkreis. Ohne Fakten oder Details weiß man einen Scheiß über mich. Wenn ich mich vorstellen darf, hallo. Kameltreiberin genannt Elissa Hamotu, 16 Jahre alt, aus dem Brennpunkt Neuköllner Bezirk. Ein Mädchen, das durch den Alltag sowie das Leben irrt und hofft, dass nächstes Jahr aus dem Einser-Abi doch noch was wird. Achtung, denn ich weiß, ich bin jung, aber nicht dumm. Wäre der große Aufschwung Deutschlands, wäre ich nicht so verwirrt. Verwirrt wurde mir aber von klein auf beigebracht. Worte vom Freezy, Fart oder Flair bilden den Großteil von meinem Wortschatz. Trotzdem kann ich ihn bilden, einen hochdeutschen Satz. Ich esse Menemen, Baklava, Hamacun und Döner. Ich trinke Demle-Cay und meine Familie kommt aus einem Ort, halb Syrien, halb Türkei, dessen Name ich nicht mal aussprechen kann. Der versucht, Just for Fun mal Ballett zu tanzen, fehlgeschlagen. Dafür kenne ich die Halle-Grundlagen. Ich schaute nicht den Sandmann, sondern Burak das Börek. Bei mir gibt's auch keinen Max Mustermann, sondern Cem Öztürk oder Tarkan. Na ja, alle denken ja auch, ausländische Eltern, wie meine, hallo Baba, wären richtig streng. Meine Eltern sind durchaus streng, aber nicht so, wie man denkt. Ihn, mein Vater, kränkt der Gedanke an eine Tochter, die sich in Alkohol ertränkt. In Maßen, okay, in Maßen, nee, nee. Somit weiche ich Missverständnissen aus und dürfte, wenn ich mal gute Freunde finden würde, alleine mit denen raus. Ich muss nicht mit einem Kopftuch aus dem Haus und ich suche mir meinen eigenen Ehemann aus. Nun erwartet man von Menschen wie mir, sie wurden von ihrem Elternhaus erzogen, um zu sehen in Mann und Frau, um zu denken in rosa und blau. Und genau damit wurde man wieder von Vorurteilen belogen. Meine Eltern tun es nicht, so können auch keine Möchtegern-Biologen vorschreiben, dass der Regenbogen am Himmel der einzig Richtige sei. Jeder Mensch muss zweifelsfrei jede Zweifelei über sein Geschlecht oder seine Liebe entscheiden dürfen. Frei. Die Beharrung auf die andere Position erinnert mich ein bisschen zu stark an die Auffassung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Während mir das klar ist, frisst mich mein Leben auf. Es ist anders. Ich meine, es ist schon ein Anlass, mich zu hinterfragen in Kindheit. Warum ist mein Soundtrack der Kindheit, Augenblick von Bushido oder Augen auf von Sido, nicht irgendwas mit einer Knall, mit einem knallroten Gummiboot oder einer Tante aus Marokko? Die einzige Tante aus Marokko, die ich kenne, ist Farid Bang. Ich bin deswegen kein Teil einer Gang. Ich tue auch nicht nur in trotzigen Shisha-Bars abhängen. Und um die Bühne zu springen, brauche ich kein passenden Bombengürtel, sondern nutze als Mittel der Transporte lieber meine Worte. An meiner katholischen Schule gibt es die Sorte Mensch, die den kleinen Schwarzkopf Elissa anwidern. Denn zu meinen Akteuren in der Weihnachtszeit gehört nicht das Hören von alle Jahre wieder, sondern arabische Volkslieder. Wisst ihr, was mich von alledem aber am meisten stört? Die Fragen zu meiner kriminellen Bekanntschaft oder gefährlichen Verwandtschaft? Ich habe mit Kriminalität nichts am Hut, außer an mir macht sich Wut breit. Ja, dann wäre ich bereit, die Nettigkeit kurz ruhen zu lassen und jemandem einen krassen Nackenklatscher zu verpassen. Ich bin aus Neukölln. Das erklärt das. Ich mache es aber nicht. Meine Eltern lehren mir nämlich, wie man auch ohne Gewalt lebt und eine gesunde zwischenmenschliche Beziehung anstrebt und wie das Herz durch Freude und nicht durch Hass bebt. Okay, und wie man im Notfall zuschlägt. Trotzdem ist mein Leben geprägt von einer Gesellschaft, die die Wahrheit nicht verträgt und dazu breit trägt, dass sich bei Menschen wie mir ein Gefühl ausprägt, welches sicher nicht Willkommenheit ist. Denn oft sehe ich nicht schwarz, rot, gold, sondern Hass, Tod und alles andere als Stolz. Die Brüderlichkeit vom deutschen Vaterland scheint uns unbekannt, denn wir werden oft als solche anerkannt, obwohl ich ihn habe, den krass deutschen Pass. Nun öffne ich mich noch zu einem weiteren Thema ganz harsch, denn Leute, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ist so echt wie Kim Kardashian's Arsch. Protestmarsch meinerseits für ein Leben in Einigkeit und Recht und Freiheit. Wir brauchen Unabhängigkeit, Gastfreundlichkeit und keine Gebundenheit an Vorurteile, denn es wird Zeit für die Wahrheit. Deswegen schreit ein Mädchen, wie ich es bin. Wir sind keine Monster oder Terroristen. Das ist Schwachsinn und Blödsinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Man lässt einen Kinderschänder, wie den Wendler, in Ruhe leben. Deswegen sollten wir anstreben, die Feindseligkeit aufzuheben, das Denken in Stereotypen abzulegen und auch meiner türkisch-arabischen Kanagin wie mir die Hand geben. Danke. Applaus 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 It is our Unabhängigkeit. Applaus 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 Applaus